Er ist Staatssekretär und seit kurzem der Präsident des österreichischen Tennisverbands. Und in dieser Funktion freue ich mich sehr, ihn heute begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Magnus Brunner. Danke für die Einladung. Vielen Dank fürs Kommen. Die Einstiegsfrage des GBZU ist vielleicht ein bisschen keck, weil Sie ja wie gesagt nicht in Ihrer Funktion als Staatssekretär da sitzen. Aber ich mag diesen kollateralen Nutzen für mich in Anspruch nehmen, wenn ich schon ein Regierungsmitglied da sitzen habe, um dann aber doch wieder den Bogen zum Tennis zu spannen. Weil sich schon die Frage aufdrängt, wie lange man in Österreich sowohl auf professioneller wie auch auf Amateur-Ebene überhaupt noch Tennis spielen wird können, bevor der nächste Lockdown kommt. Naja, das ist eine schwierige Frage insofern, als die Gesundheitszahlen, die Pandemie-Zahlen natürlich dramatisch sind und jeden Tag uns noch dramatischer ins Bewusstsein gerufen werden. Der Vorteil beim Tennis ist halt, dass er kontaktlos ist. Und wir haben im Mai ja schon gesehen, wir waren die erste Sportart, die wieder aufsperren durfte, die wieder beginnen durfte, weil eben der Abstand gewahrt werden kann. Und das gibt natürlich ein gewisses Sicherheitsgefühl auch für die Eltern, für die Kids, für die Jugendlichen. Ja, Deutschland geht jetzt einen Schritt weiter, verbietet Zuschauer im Profisport. Wie es bei uns weitergehen wird, kann ich jetzt hier leider nicht sagen. Schau, Sie hätten es die Plattform, regierungsinterne auszublaudern. Ja, bitte um Verständnis, dass wir das regierungsintern zuerst vorbesprechen und dann die Maßnahmen entsprechend auch kommunizieren werden. Aber einmal mag ich da vielleicht schon noch nachhaken. Gibt es da womöglich einen bestimmten Interessenskonflikt? Weil als Vertreter der Tennisverbände müssten Sie ihr höchstes Interesse daran haben, dass die Anlagen nicht gesperrt werden. Als Vertreter der Regierung haben Sie wahrscheinlich andere Intentionen oder andere Zugänge. Ja, das Interesse, das im Mittelpunkt für alle stehen muss, ist die Gesundheit und der Schutz der Bevölkerung. Ich glaube, das ist das Zentrale. Das geht über alles und wenn die Maßnahmen, die dann kommuniziert werden, dem Schutz der Bevölkerung dient, dann müssen sich alle daran halten. Dann sollten wir uns alle daran halten. Also das geht auf jeden Fall vor. Magnus Brunner, also Staatssekretär und ÖTV-Präsident. Das sind ja beides keine 9-to-5-Jobs, mag ich einmal sagen. Und wahrscheinlich wird es auch mit 40 Wochenstunden weder im einen noch im anderen Job vielleicht getan sein. Wie viel schlafen Sie denn aktuell dieser Tage? Geht sich ein bisschen Schlaf aus? Ein bisschen geht sich schon aus. Ein paar Stunden, ja, also ich glaube, über das muss man gar nicht reden. Wenn es einem Spaß macht, die Jobs Spaß macht, dann geht es nicht um Stunden, sondern dann geht es darum, dass man sich einsetzen darf und kann. Also, mein Gott, nein, genug Schlaf immer noch. Ich frage ein bisschen provokant, warum tun Sie sich denn das Amt des ÖTV-Präsidenten eigentlich an? Weil das, was Sie forcieren wollen, nämlich die Kräfte bündeln und das Gemeinsame in den Vordergrund zu stellen, das scheint ja in jüngerer, aber auch mittelfristiger Vergangenheit, sagen wir mal, nur bedingt gelungen zu sein. Ja, warum tut man sich ein Ehrenamt überhaupt an? Nämlich, wenn man für etwas brennt, wenn man sich für eine Sache interessiert. Und das ist bei mir beim Tennissport einfach immer schon so gewesen. Ich habe als Jugendlicher intensiv gespielt, dann auch Bundesliga, Landesliga gespielt. Meine drei Söhne spielen ganz verrückt Tennis. Wir sind eine verrückte Tennis-Familie einfach. Und ja, wo man mich gefragt hat, am Beginn des Sommers, ob ich mir das vorstellen kann, habe ich mir das natürlich gut überlegt. Aber es ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt. Es ist der Tennis-Boom gewaltig momentan, natürlich dank Dominik Thiem auch. Aber weil es einfach eine geniale Sportart ist und weil viel Gutes gemacht wird. Wir sehen es an den Mitgliederzahlen auch in den Vereinen, die jetzt nach oben gehen. Also das Tennis boomt insgesamt und es ist ein guter Zeitpunkt, sich für eine Sportart oder für eine Sache einzusetzen, für die man brennt. Und ja, das mache ich jetzt. Aber diese mannigfaltigen Querellen innerhalb des ÖTVs, die haben ja fast schon ein bisschen Tradition, wenn ich es ein bisschen plump formuliere. Sie kennen ja die Strukturen. Magnus Brunner war ja schon Vizepräsident unter Ronny Leitgepp. Zugespitzt gefragt, ist der ÖTV so eine Schlangengrube? Nein, es ist keine Schlangengrube, um Gottes Willen. Aber es sind natürlich viele Persönlichkeiten im Tennissport. Es ist ein Einzelsport. Es ist auch klar, dass da viele Persönlichkeiten dabei sind, die ihr eigenes Ding machen. Das ist auch gut so. Man sollte nur nicht gegeneinander arbeiten. Und jeder, der eine Initiative startet, der was für den Tennissport insgesamt macht, das ist eine gute Initiative. Und man sollte die Kräfte halt bündeln, finde ich, wie ich versucht habe, die letzten Tage auch rüberzubringen. Und das ist unser Auftrag, unsere Einstellung auch, die wir als neues Präsidium haben. Wir sind alles Menschen, die eher verbindend sind, die das Verbindende in den Vordergrund stellen, inklusive Jürgen Melzer, der auch immer schon mit allen eigentlich gut gekonnt hat und der sich immer für den österreichischen Tennissport eingesetzt hat, Davis Cup gespielt hat, immer für das Land zur Verfügung gestanden ist. Also mit diesem neuen Team versuchen wir, die Hände zu reichen, die Brücken zu bauen und schauen wir mal, wie es angenommen wird. Damit haben Sie mir ja den Volley zur nächsten Frage sozusagen schon serviert, weil einer oder ein Team, das derzeit so seine eigenen Bestrebungen verfolgt, ist natürlich das Team Team rund um Vater Wolfgang Team. Sie wissen, es wurde vor kurzem die neue Tennisakademie betrieben von Wolfgang Team gegründet. Der war vor kurzem auch da im KRONE TV-Studio und hat sinngemäß gemeint, also es ist ihm jetzt weitgehend egal, wie der ÖTV über diese neue Tennisakademie denkt. Wie ist die Gesprächsbasis zwischen dem ÖTV und Wolfgang Team oder dem Team Team? Also eigentlich eine gute. Ich hatte die Möglichkeit, ihn im Sommer näher kennenzulernen, bei einem sehr intensiven, guten Gespräch, finde ich. Wir haben uns gut verstanden. Ich finde, das, was die Familie Team macht, ist genial. Also was der Dominik leistet, das ist einfach perfekt. Und wenn da was entsteht mit dem Team Team, dann ist das gut für den Tennissport. Also ich finde ja nicht, man sollte da nicht gegeneinander arbeiten, sondern im Gegenteil, man sollte das respektieren, was verschiedene Initiativen machen und das machen die Teams. Wir müssen als ÖTV halt auch besser werden und dann ein besseres Produkt auch anbieten und dann werden wir schauen. Dann kann man sich vielleicht gegenseitig ergänzen, kann Synergien nützen, im Infrastrukturbereich, im Coaching-Bereich, werden wir sehen. Aber klar, wir müssen auch zuerst einmal besser werden und unsere Hausaufgaben machen. Aber dieses spezielle Verhältnis zwischen ÖTV und Team, das ist ja fast historisch gewachsen, mag ich sagen. Es gab da die Causa rund um das Sportdirektoramt, das dann Wolfgang Team nicht begleitet hat. begonnen hat, so erfährt man zumindest von der Seite Teams immer wieder, dass es eben praktisch gar keine Unterstützung des ÖTV für Dominik Team gegeben hat. Jetzt weiß ich ja, das ist Vergangenheit und nicht unmittelbar Ihre Baustelle, aber nehmen Sie vielleicht als Beispiel Team auch zum Anlass, um das Fördersystem zu überdenken und vielleicht auch Leute wie einen Dominik Team, der halt jetzt nicht nur auf ÖTV-Kurs war, vielleicht trotzdem zu unterstützen? Ja, auf jeden Fall. Wir müssen immer alles überdenken und wir gehen unvoreingenommen an die ganze Sache heran. Wir haben da überhaupt keine Vergangenheit, die wir zu bewältigen haben, sondern wir gehen frohen Mutes eigentlich in diese neue Aufgabe. Man muss immer alles überdenken, ja, aber es ist ja auch so, dass es klare Regeln gibt, was mit den Geldern passiert. Es sind Fördergelder, es sind Steuergelder auch natürlich, die hier eingesetzt werden. Und es werden ja auch Spieler, die jetzt beim Wolfgang Team trainieren, unterstützt. Juri Rodionov beispielsweise, ein ÖTV-Spieler. Also ich sehe da keine großen Probleme. Ob in der Vergangenheit das jetzt anders war oder irgendwas unfair war, kann ich leider nicht beurteilen. Wir halten uns an die Regeln, die wir natürlich immer wieder überarbeiten müssen. Man muss immer sich, glaube ich, hinterfragen und dann bin ich eigentlich zuversichtlich, dass das einen guten Verlauf nimmt. Vom Thema Team ist der Weg zum Thema Bresnik. Ideologisch dieser Tage schon ein weiter, pragmatisch aber nicht. Sie werden nicht überrascht sein, dass ich Sie auch auf Günter Bresnik ansprechen mag, weil der Ihrer Vorstellung zufolge, welche Rolle spielen sollen künftig in der Partnerschaft oder im ÖTV? Naja, wir haben einen neuen Sportdirektor dann mit Jürgen Melzer. Das wird der Chef sein, das wird der Sportchef sein im österreichischen Tennisverband. Und er hat auch schon in Gesprächen versucht, Günter Bresnik die Hand zu reichen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Wir werden sehen, ob das funktioniert. Günter Bresnik hat auch Hervorragendes geleistet in der Vergangenheit, überhaupt keine Frage. Der hat super Tennisspieler herausgebracht, schon in seiner langen Karriere. Auch beeindruckend, was er geleistet hat. Und jetzt werden wir sehen, also Jürgen Melzer wird Sportdirektor und unser Ziel wäre natürlich, dass man mit Günter Bresnik zusammenarbeitet. Das wird Jürgen Melzer mit Günter Bresnik dann klären. Wenn Ihnen das Gemeinsame so wichtig ist und Sie ja immer wieder betonen, dass alle am gleichen Strang ziehen müssen, dann müsste es Ihnen theoretisch ja auch ein Anliegen sein, dass Thiem und Bresnik zumindest in einem vernünftigen Maße wieder zueinander finden. Haben Sie da irgendwelche Bestrebungen, als Brückenbauer zu fungieren oder sagen Sie, da verbrenne ich mir nicht die Finger? Ja, da werde ich mich natürlich nicht einmischen, muss ich ganz offen sagen. Es ist, glaube ich, schon so, dass die Familie Thiem den Bresnik schätzt, was seine Qualitäten als Trainer betrifft. Dass sie jetzt gewisse Schwierigkeiten miteinander haben, ist so, aber hat jetzt, glaube ich, nichts mit dem Tennis an sich zu tun, sondern hat andere Gründe. Da werden wir uns nicht einmischen. Das ist Sache der beiden, das zu klären. Hat aber auch, glaube ich, nichts mit dem Verband insgesamt zu tun, sondern, mein Gott, da muss man auch Erwachsen, glaube ich, genug sein. Auch wir als ÖTV, dass wir sagen, das ist Sache der beiden, das auszudiskutieren oder gerichtlich auszudiskutieren oder wie auch immer. Also da mischen wir uns nicht ein. Jürgen Melzer, der Name ist schon gefallen, also mit Stand jetzt der neue sportliche Leiter des ÖTV. Dieser Entscheidungsfindungsprozess ist wie vonstatten gegangen. Warum ist die Wahl auf Jürgen Melzer gefallen? Das ist eine gute Frage, ein Prozess. Ja, es hat sich gut ergeben. Also Jürgen Melzer ist am Ende seiner aktiven Karriere und wir haben in unterschiedlichsten Bereichen Gespräche mit ihm geführt. Auch schon vor ich jetzt Präsident geworden bin in den letzten Monaten. Ich hatte das Vergnügen, ihn im Sommer besser kennenzulernen und mit ihm auch einige Ideen schon zu wälzen. Und es ist, glaube ich, eine Win-Win-Situation. Für Jürgen eine tolle Möglichkeit, seinen nächsten beruflichen Schritt zu gehen nach der aktiven Tenniskarriere. Er bietet sich gerade an, auch zeitlich. Für uns natürlich toll als Verband für den Tennissport insgesamt so eine Persönlichkeit wie den Jürgen gewonnen zu haben für das Amt des Sportdirektors. Weil er einfach seine Erfahrung einbringen kann, weil er eine verbindende Persönlichkeit ist, wie ich gesagt habe. Weil er immer für den österreichischen Tennissport gebrannt hat und brennt und sich auch nie zu schade war, für Österreich zu spielen, auch im Davis Cup zu spielen. Also eine tolle Sportlerpersönlichkeit und wir sind natürlich sehr stolz darauf, dass er uns begleiten wird und diese sportliche Leitung übernehmen wird. Wie langfristig planen Sie denn mit Stefan Kubek als Davis Cup Kapitän? Oder hat dahingehend auch Jürgen Melzer Ambitionen? Also ich will jetzt keine Diskussion um mit Stefan Kubek losreden. Um Gottes Willen, liebe Grüße Stefan. Aber ich würde nur sagen, historisch belegt ist ja schon einmal das eine oder andere Beispiel, dass es einen sportlichen Leiter gibt, der gleichzeitig in Personalunion Davis Cup Kapitän ist. Und auch Fed Cup Kapitän. Ich sehe das auch entspannt. Die beiden verstehen sich gut. Wir verstehen uns mit dem Stefan gut. Der Stefan macht einen super Job, hat das Davis Cup Team nach Madrid geführt sozusagen. Das ist jetzt ein bisschen eine andere Situation, weil Madrid verschoben werden hat müssen auf nächstes Jahr. Also es ist auf jeden Fall bis Madrid überhaupt keine Diskussion für das nächste Jahr. Das wird der Stefan Kubek bleiben und dann werden wir schauen, wie es sich entwickelt. Also jetzt der Jürgen muss sich auch einmal einarbeiten. Die ersten Monate wird Australien noch spielen, auch als sozusagen Abschied, kleine Abschiedstour noch machen. Und dann werden wir sehen, da muss er sich auch langsam einfinden, muss die Menschen kennenlernen, muss die Trainer, die Coaches kennenlernen, die in ganz Österreich super Arbeit leisten. Der Jürgen wird auch viel unterwegs sein am Anfang. Also diese Frage stellt sich jetzt momentan noch nicht, aber vorläufig bleibt es der Stefan. Jetzt überstrahlt im österreichischen Tennis dieser Tage Dominik-Team, No Na, alles oder zumindest sehr vieles. Wahrscheinlich ist es zum jetzigen Zeitpunkt auch ein bisschen vermessen, über die Zukunft nachzudenken. Der Dominik ist ja gerade erst dabei, seinem Höhepunkt entgegenzustreben. Trotzdem darf man sich, glaube ich, schon stellen, wer ist denn am ehesten in der Lage, ihm zu folgen? Rodionov fällt da möglicherweise, auch Lukas Neumeyer, ein großes Talent. Was wagen Sie denn da für eine Prognose? Das ist natürlich immer schwer zu sagen. Das Lieblingsspiel der Journalisten. Ja, genau. Prognosen abzuluchsen. Also ich werde mir jetzt auf keinen, es sind alle super Talente, super Tennisspieler. Ich habe Rodionov zugeschaut, das ist in der Stadthalle, war sensationell, was er gemacht hat. Dennis Nowak, super gespielt, leider am Schluss mit Pech dann auch ein bisschen im Kopf verloren. Luki Neumeyer, ein Wahnsinns-Talent, das jetzt in der Südstadt spielt. Also, mein Gott, nein, es gibt verschiedene. Ich glaube, wenn die sich gegenseitig hochpushen, dann wird noch einiges möglich sein. Und im Sog von denen allen, die wir jetzt genannt haben, werden auch ein paar nachkommen. Wie gesagt, der Tennissport boomt, alle sind motiviert, die Kids, die Jugendlichen sind motiviert. Und da gibt es das eine oder andere Talent, glaube ich, schon. Ich war ja die letzten Jahre relativ viel auf der ÖTV-Tour auch unterwegs mit meinen Jungs, die dort auch gespielt haben. Und also da gibt es einfach tolle Talente in allen Bundesländern. Und die gilt es zu identifizieren und dann auch mit uns zusammenzuarbeiten in der einen oder anderen Form. Aber wir werden nichts drüber stülpen oder jetzt irgendjemandem was vorschreiben, sondern wir werden versuchen, jedes Talent auch individuell dann zu fördern. Sie haben es jetzt schon ein-, zweimal erwähnt, auch Ihre Kids spielen auf leistungsmäßigem Niveau Tennis. Was darf man von denen erwarten? Ist da ein potenzieller Team dabei? Kann ich wirklich nicht beurteilen. Sie haben drei Kinder. Drei Jungs, genau, die leistungsmäßig spielen. Wobei der Kleinste ist sechs Jahre alt, der würde am liebsten jeden Tag Tennis spielen. Die Großen spielen leistungsmäßig auf österreichischer Ebene, durften auch schon im Nationalteam spielen. Also sie sind extrem motiviert, das taugt ihnen und das ist das Wichtigste, glaube ich, in dem Alter. Und Sie hätten als Papa nichts dagegen, wenn der eine oder andere Tennis-Profi da heranreift. Ja, also natürlich hat man nie was dagegen. Das kann ja auch sein. Dadurch, dass Sie die Tennis-Struktur kennen, könnten Sie ja auch sagen, Burschen, überlegt sich das. Ja, man muss natürlich extreme Disziplinen mit sich bringen. Es ist nicht leicht, Tennis-Profi zu werden, aber dagegen habe ich natürlich nichts, im Gegenteil. Aber jetzt sollen Sie sich auch einmal auf die Schule konzentrieren. Wie ist es um Ihre Tennis-Qualitäten aktuell bestellt und vor allem um die Quantität? Wie oft können Sie noch das Racket schwingen? Die Quantität ist wie die Qualität sehr bescheiden geworden. Ja gut, aber wenn Sie Staatsliga gespielt haben, dann müssen Sie schon ein bisschen ein Gefühl im Bratzel haben. Ja, ich habe früher Staatsliga gespielt als älterer Jugendlicher, also mit 19, dann Wiener Liga gespielt, auch während des Studiums Tiroler Landesliga gespielt. Also immer ein bisschen dran geblieben, jetzt spiele ich noch Landesliga, Senioren halt mittlerweile. Das spiele ich schon noch, aber nicht mehr in der Intensität und Qualität leider, wie ich es gerne hätte. Welche Fragen sind denn qualitativ die besseren? Die von den Politikjournalisten oder die von den Sportjournalisten? Dass ich niemand beleidige? Nein, es ist natürlich im Sport angenehmer zu diskutieren. Da geht es nicht um so viel, also jetzt rein gesellschaftlich betrachtet, es geht jetzt nicht ums Überleben sozusagen. Ja, es ist angenehmer auf jeden Fall, aber es gibt dort und dort solche und solche Fragen, die Journalisten stellen. Wo kann man tatsächlich Parallelen ziehen zwischen den beiden Branchen? Also was mir zum Beispiel eher verglichen mit dem Fußball immer in den Sinn kommt, ist, dass es in der Politik ja sehr unüblich zu sein scheint, dass man den Gegner lobt oder stark redet. Während es hingegen beim Fußball zum guten Ton gehört, die Favoritenrolle abzuschieben. Und Politiker kämen nach meinem Dafürhalten nicht in den Sinn, dass er sagt, der Bursche von der Gegnerischen Partei, gerade im Wahlkampf, der hat wirklich was drauf und eigentlich ist das der Wahlverfolg. Ja, das stimmt. Geht irgendwie nicht. Wobei es vielleicht strategisch gar nicht unschlau wäre. Ja, ich wollte gerade sagen, im Wahlkampf ist es natürlich schon oft so, dass man sich selber in den Umfragen ein bisschen niederhält, damit man dann besser aussteigt und den Gegner sozusagen oder den Mitbewerber nach oben schreibt. Das ist vielleicht die einzige Parallele, aber sonst stimmt natürlich, dass man jetzt nicht unbedingt immer nur die Qualitäten des Mitbewerbers lobt. Welches ist ein Nervenaufreibender, sofern Sie das jetzt schon vergleichen können? Ja, es ist natürlich die Politik ganz was anderes. Der Druck ist ein anderer. Das ist im Sport und das ist für mich auch ein Ehrenamt. Das macht man freiwillig. Politik macht man auch freiwillig natürlich, aber es ist was anderes. Also es ist einfach der Druck ein anderer. Sport ist sicher, weil es halt gesellschaftlich andere Möglichkeiten auch gibt. Also kann man nicht vergleichen. Okay, zum Abschluss mag ich noch einen Zukunftsausblick wagen, auch wenn das immer ein bisschen vage ist. Welche Vision verfolgen Sie denn mit dem ÖTV? Ich glaube, der Helmut Schmidt hat damals gesagt, wer Visionen hat, der soll zum Ort gehen. So ist es nicht gemeint natürlich. Was schwebt Ihnen als großes Ganzes vor? Wo sehen Sie sich? Wo sehen Sie sich den ÖTV am Ende der ersten oder letzten, werden wir schauen, Amtsperiode? Ja, werden wir schauen. Wir sind jetzt mal auf drei Jahre gewählt als Team. Ich muss vielleicht nur einen Satz, wenn ich darf, zum Team sagen, also zu unserem Team, Präsidiumstermin, Team. Das ist wirklich, ich bin begeistert, weil wir alle aus dem Tennis kommen, alle sehr tennisverrückt sind. Selber auch einer, Georg Blumauer, selber Davis Cup Spieler früher war, auf der ETP Tour auch war, jetzt erfolgreicher Anwalt. Martin Ohneberg, erfolgreicher Unternehmer und die Elke Rom auch als Anwältin auch tätig, selber gute Tennisspielerin. Also wir haben alle eine gewisse Tennisaffinität. Wo sehen wir uns? Also wir wären glücklich, wenn wir in drei Jahren sagen könnten, es sitzen immer noch alle am Tisch gemeinsam. Natürlich in der einen oder anderen Konstellation. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir alle super nur noch ein ÖTV sind und sonst nichts mehr. Im Gegenteil, man pusht sich vielleicht auch gegenseitig etwas. Und was mir auch wichtig ist, ist, dass man dem österreichischen Tennissport einen anderen Stellenwert wiedergibt. Also ich möchte, dass wir in drei Jahren in der österreichischen Sportpolitik, in den Institutionen auch eine andere Rolle spielen. Ich glaube, dass der Tennissport unterrepräsentiert ist momentan. Wir sind der zweitgrößte Sportverband Österreichs von den Mitgliederzahlen her und sind eigentlich... Wir gehen ja jetzt gerade mit gutem Beispiel voran, was die mediale Repräsentanz angeht. Ja, wunderbar, genau. So viel Eigenlob darf jetzt sein. Na klar, das ist super. Das ist medial das eine und es ist auch sportpolitisch und eben in den Sportorganisationen das andere. Da muss der Tennissport einfach wieder besser vertreten sein und gemäß seiner Bedeutung und seiner Mitgliederzahlen und seiner... Es ist eine Weltsportart einfach wieder einfach mehr Einfluss bekommen, mehr Bedeutung bekommen und das wird auch eines der Ziele sein. Alles klar. Und vielleicht ist ja in drei Jahren eines Ihrer Kinder schon so weit, dass es dann Sie hier vertritt als Interviewpartner und von der beginnenden Weltkarriere erzählt. Also für heute vielen Dank für den Besuch. Danke. Vielen Dank und bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.